Hallöchen ihr Lieben! Ich glaube es ist schon wieder etwas blöd eingestellt oder vielleicht lasse ich es auch einfach mal so. Ah, ich lasse es einfach so. Also Hallöchen ihr Lieben, ich habe mir gerade ganz spontan gedacht, ich drehe ein Video über das Thema September Favoriten oder im Allgemeinen meine Favoriten, weil ich weiß nicht, ob ich mich jetzt auf diese Monate immer beschränken möchte, aber ich kann euch jetzt auf jeden Fall meine absoluten Favoriten zeigen, ohne die ich überhaupt momentan nicht leben kann und leben möchte. Und da fange ich jetzt einfach mal an. Es ist natürlich wieder sehr Barbor-lastig. Ich glaube, den ein oder anderen wird es jetzt hoffentlich auch klar sein. Ich habe ein Kosmetik-Salon, ich arbeite mit Barbor-Produkten, es wäre eine Katastrophe. Wenn ich keine Barbor-Produkte benutze, dann wäre ja hier irgendetwas ganz verkehrt. Ich kann es nicht ändern, ich werde und bin nicht mehr die Ansprechpartnerin für euch, die irgendwelche DM-Produkte ausprobiert. Ich habe einfach meine Holy Grails gefunden und das ist nun leider so. Genau. Eine Sache kann ich euch leider nicht zeigen, weil die jetzt unten steht und ich dachte mir, ihr habt es tausendmal gesehen bei mir, werde ich jetzt gleich dazu kommen. Und zwar, ich beginne einfach jetzt, ich fange jetzt einfach an. Ich habe mir ein bisschen was zurechtgestellt, ich fange jetzt einfach an. Und zwar geht ja wieder die Zeit los, dass meine Haut anfängt sich zu schuppen, meine Haut anfängt zu spannen und meine Haut anfängt wieder hier so gerade im Mundbereich sehr, sehr rot zu werden. Deshalb habe ich wieder von Dr. Barbor meine Neurosensitive Cellular-Creme ins Leben gerufen. Die habe ich natürlich im Sommer ganz wenig benutzt. Und diese Creme bzw. diese komplette Serie, diese Neurosense bzw. Neurosensitive Cellular-Reihe ist einfach der Wahnsinn. Die Abschminke ist der absolute Wahnsinn. Es ist wirklich nur für eine absolute Neurodermitis gestresste Haut nichts zu vergleichen oder nichts zu verwechseln mit einer unreinen Haut. Das ist wieder eine ganz andere Sparte. Ich rede wirklich von Hauttypen, die wie ich sehr gereizt sind, die auf Waschen sofort reagieren. Ich reagiere sofort, wenn ich mit dem Handtuch nur ein Stückchen zu dolle ruble, dann habe ich gleich rote Flecken. Da ist diese Serie der absolute Wahnsinn. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Wenn euch diese Sache aber hier zu preisintensiv ist, dann, was ich verstehen kann, dann kann ich nur sagen, kauft euch den Cleanser. Der kostet glaube ich 25 oder 28 Euro, ich bin mir nicht sicher. Ich werde euch auch den Link in meinen Online-Shop reinpacken, dann könnt ihr euch die Produkte angucken. Vielleicht schaffe ich es auch, die einzelnen Produkte rauszusuchen. Das wäre wahrscheinlich einfacher. Ihr sollt und müsst nicht bei mir bestellen. Alles cool, alles easy. Ich will es nur einfach für euch machen, weil bei Barbour im Online-Shop ist nicht immer alles so gut aufgeschrieben. Ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und habe euch alles abgeschrieben und eingetippt und pipapo. Manche Produkte bei Barbour sind gar nicht im Online-Shop drin. Das ist ganz eigenartig. Deshalb, ihr könnt googeln, wie ihr wollt oder halt einfach den Link zum Online-Shop benutzen. Wie gesagt, dann könnt ihr den Cleanser benutzen, weil ich sage euch, die größten Unreinheiten und die größte Hautirritation beginnt mit der Reinigung. Viele von euch können es nicht mehr hören und denken sich jetzt, boah, ey, es tut jetzt. Aber es ist wirklich so. Also kauft euch die Reinigung und benutzt die Rosa Graf Ringelblumencreme. Die, die ich jetzt nicht zeigen kann, weil die unten steht und ich hätte es echt zur Fall war, die zu holen, aber ihr kennt die von mir. Die kommt der Konsistenz von dieser Creme sehr nah, aber hat natürlich nicht so diesen krassen, mega heftigen, schnellen Erfolg. Die braucht einfach ein bisschen länger, was nicht schlimm ist. Also ich bin immer noch ein Rosa Graf Fan, aber ich weiß und merke natürlich, dass bei Barbour alles ziemlich schnell reagiert. Rosa Graf braucht einfach viel zu lange, um die Haut irgendwie zu greifen. Und das nun mal dazu. Das wird wieder ein ewig langes Video, ich merke das jetzt schon. Auf jeden Fall Neurosensitive Cellular, diese ganze Reihe ist jetzt für mich der absolute Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, ob man es jetzt sieht. Die Kamera, die verzeiht wirklich nichts. Ich habe hier oben ganz arge Schuppungen. Ich habe auch gerade ein bisschen wieder vor Hektik hier drin herum gefriemelt. Und jetzt habe ich auch leichte Schuppen vorne in meinem Haar drin. Und das heißt für mich, ich muss nachher auch wirklich wieder bis in den Haaransatz reinschmieren. Genau, weil wir jetzt gerade bei Reinigung waren. Ich habe leider diese Reinigung, die ist alle, und ich habe mir die heute nicht aus dem Laden mitgenommen. Deshalb zeige ich euch aber mein zweites Lieblingsprodukt. Und zwar ist das das Hü-Öl und dieses Phyto, die Base dazu. Es ist immer ein Zwei-Phasen-Produkt, gibt es in vier verschiedenen Typisierungen, sage ich mal. Also das ist ein ganz normales Öl. Das Öl wird aufgetragen auf die Haut und danach kommt immer ein Aktivator mit dazu. Und das Ganze emulgiert sich dann auf und wird dann wieder mit Wasser abgewischt. Ganz großartiges Produkt. Wie gesagt, wenn ich das nicht habe, benutze ich immer das Hü-Öl. Ich reagiere nicht drauf. Meine Haut ist entspannt. Ich habe letztens wieder einen Schaum versucht von einer anderen Firma zu benutzen, weil ich es noch in irgendeiner Box hatte. Und ich probiere alles alle zu machen. Ich sage es euch, ich hatte hier wieder die größte, schönste rote Flechte, die man sich nur vorstellen kann. Das war da, wo ich mein erstes Hey, ich bin wieder da, Video gedreht habe. Da habe ich das auch nicht wieder abgepudert. Das war alles schuppig, rot und phy. Und das passiert mir einfach bei diesen ganzen Produkten nicht. Ich persönlich kann halt einfach nur sagen, für meine Haut ist es das Allerbeste. Mein Lieblingsprodukt ist das Rosenwasser. Ihr wisst es, ihr könnt es vielleicht auch nicht mehr hören. Aber Rosenwasser ist für mich einfach, das erfrischt so sehr. Und ich halte nichts von diesem, was wir früher alle hatten, das rosa-rosa-rosenwasser. Ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich diese Düfte schon vergleiche, das ist, das stinkt mir einfach so sehr nach Alt und I. Und irgendwie verraue ich der ganzen Sache nicht. Aber das habe ich noch nie. Das habe ich euch schon immer gesagt. Wenn ich es selber benutzt habe, habe ich immer gesagt, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Naja, und hier ist der Enzym-Cleanser, von dem ich immer rede. Das ist so ein Pulver. Ihr seht es, diese, ich glaube 25 oder 26 Euro sind einfach mal über ein Jahr in eurem Bad. Und das ist ein Peeling. Ich weiß nicht wirklich, wie oft sich manche Leute ein Peeling kaufen. Aber wirklich, investiert dieses Geld in dieses Produkt. Und ihr habt noch nie ein krasseres Hautgefühl gehabt. Alle, die das nachgekauft haben, haben mir beschrieben, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Es ist der Wahnsinn. Ihr benutzt wirklich eine erbsengroße Menge von diesem Pulver. Macht euch ein bisschen Wasser hier drauf und dann geht es ab auf die Haut. Es ist ein leichtes Peeling, es ist schonend, aber dieser Effekt ist mit keinem Peeling zu vergleichen. Und vor allem kann ich das für meine Haut, die so gereizt ist, auch benutzen. Der Enzym-Cleanser ist mein Jahresfavorit. Das ist mein absoluter Oberfavorit. Beste Erfindung, die Barbour hatte, würde ich von jeder anderen Firma, wenn es das gäbe, auch nachkaufen. Der Hammer. So, wir haben es dann auch gleich geschafft mit Barbour, würde ich sagen. Ich glaube, da bin ich nämlich wirklich durch. Aber es sind halt die Produkte, die ich benutze, tagtäglich und vor allem jetzt auch die Jahreszeit, wo ich wieder merke, meine Haut rastet einfach aus. Genau, weil wir beim Thema Feuchtigkeit sind und beim Thema, ich brauche viel Feuchtigkeit. Für mich gibt es nur noch eine Maske, die ich über alles liebe. Das ist diese Schaummaske, auch von Barbour. Die ist auch kühlend. Das ist sehr schön, wenn man hier so rote Stellen hat. Also wie gesagt, ich habe die hier und hier oben. Das haben so die meisten, die starke Probleme mit ihrer Haut haben. Die Maske kühlt, die ist auch richtig geil im Sommer, wenn ihr Sonnenbrand habt. Also ich habe mit meinem super Verbrennungs-Altersdekolleté. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das kommt direkt hier als Schaum raus. Dann tragt ihr das auf eure Haut auf. Und dann merkt ihr, wie das der Körper richtig aufnimmt und aufzieht, aufsaugt. Wartet mal ganz kurz. Dänchen, ich komme gleich runter, ja? Ach, zu malen. Ja, macht das eine gute Idee. Genau, also dieser Schaum ist wirklich einfach... Ich glaube... Ah, da steht hier nicht drauf, da stand auf der Verpackung. Nee, schade, 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 schade. Steht hier nicht drauf. Auf jeden Fall ist wirklich dieses Gefühl einfach phänomenal. Wer bei uns zur Kosmetik ist oder kommt, ihr könnt auch mal sagen, ey, ich möchte mal den Schaum probieren, den Tina immer nimmt. Dieser Schaum, den haben wir bei uns im Laden. Der wird normal in der Kabine verwendet. Nicht bei jedem Hauttyp. Bei manchen ist natürlich eine andere Maske viel intensiver oder viel schöner. Aber wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt, sagt einfach Franzi oder Frau Prina Bescheid. Und sagt, hier, komm, ich will mal die Maske probieren. Und dann machen die euch das drauf und ihr werdet staunen. Ganz, ganz, ganz großartiges Gefühl. Hält auch ewig. Also ich habe diesen Schaum echt lange. Das ist bei allen Produkten aber auch wirklich so. So, noch ein Serum, was ich euch auch ans Herz lege. Boah, ey. Ich glaube, wenn ich das Video selber gucke, dann denke ich mir, na klar. Na klar. Und noch mehr Vabor und noch mehr Vabor. Boah, aber ich bin nun mal eine Kosmetikerin. Ich weiß, das ist scheiße. Ich erkennt das von den ganz anderen YouTubern, wo alles so ein bisschen holy moly durcheinander ist. Vielleicht sollte ich einfach mit einem anderen Produkt weitermachen. Und zwar, wir machen mit Schaum. Mit Haarschaum weiter. Und zwar habe ich wirklich wieder für mich gar nie wahre Schätze entdeckt. Das ist einfach das für mich immer noch schönste Produkt für die Haare im Drogerie-Bereich. Sanfte Hafermilch. Ich liebe den Duft. Ich liebe das Gefühl. Ich liebe es einfach. Und meine Haare verzeihen mir ein Drogerie-Produkt. Was ich aber sagen muss zum Sprühen, nehme ich wirklich oft preisintensivere Sachen und Hitzeschutz. Aber da habe ich mich jetzt... Ich habe gerade im Bad gestanden und dachte, da habe ich jetzt irgendwas, auf was ich nicht verzichten wollen würde. Oder was ich irgendwie in dieser ganzen Zeit jetzt als ganz toll empfunden habe. Ne, hatte ich nicht. Von daher kann ich euch nur sagen, sind die beiden Produkte die, die ich jetzt für mich entdeckt habe. Und wo ich dachte, warum, in Gottes Namen, kaufst du es eigentlich nicht immer. Und das ist das. Genau. Aber eine Sache oder zwei Sachen, die ich neu gekauft habe, die mich sehr, sehr, sehr überrascht haben, war tatsächlich dieses Hydrofugal-Doppelter-Schutz-Deo-Creme. Das ist eine richtige Creme. Riecht zum Glück ganz neutral. Ich hasse ja zur Zeit wieder wahrscheinlich durch die Schwangerschaft. Ich hasse Deos, die unendlich extrem riechen, weil ich gerne einfach nur mein Parfüm riechen möchte oder meine Bodylotion. Aber ich möchte kein Deo mehr so extrem riechen. Und diese Deo-Creme ist wirklich der Wahnsinn. Ich benutze kein Spray mehr. Ich benutze nur noch diese Deo-Creme. Und es fühlt sich einfach alles super gut an. Super... Ich fühle mich sehr gepflegt unter den Achseln. Nicht mehr so trocken. Manchmal hat man so ein Trockenheitsgefühl durch das Ganze rasieren. Und dann immer ein Deo-Spray drauf. Und dann ist ja da auch Alkohol drin. Das trocknet ja auch immer schön aus. Aber hier habe ich das einfach nicht. Also ich habe ein ganz tolles Achselgefühl. Das ist ein Scheißwort. Ja, und hier ein Produkt, was ich wirklich auch sagen muss. Das hat mich sehr überrascht. Ich hatte überhaupt noch nichts davon in der Werbung gesehen. Stand beim DM und dachte so, oh, Trockenshampoo in flüssig zum Shaken und Aktivieren. Es ist flüssig und kommt trotzdem, seht ihr das, so raus. Mega gut. Also, das ist ein Trockenshampoo, was für mich persönlich die Kopfhaut nicht austrocknet. Ihr habt nicht das Gefühl, wenn ihr zwei Tage lang Trockenshampoo hintereinander benutzt, dass alles irgendwie eins ist. Kennt ihr das, wenn die Kopfhaut sich so richtig ekelhaft anfühlt? Oh, und dieser Duft. Dieser Duft. Dieser Duft ist so toll. Wirklich. Hier steht, erfrischt ohne sichtbare Rückstände, Antifetteffekt und Volumenboost. Volumenboost kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber ich mache halt auch Trockenshampoo nicht drauf, um Volumen zu halten, sondern ich mache es einfach, um meine fettigen Haare zu retuschieren. Und das macht es tatsächlich und du hast wirklich keine weißen Puderrückstände. Weil manchmal ist es wirklich so, wenn ich so Spree benutze, dass meine Haare richtig grau aussehen, auch wenn ich die dann nochmal erföne oder bürste, da legt sich halt so ein grauer Schleier drauf. War geil, wo ich meine orange, pommes, gelben Haare hatte. Das war gut. Da konnte ich nämlich hier alles ein bisschen retuschieren. Aber jetzt, wo ich dann doch wieder etwas gestreift, gestränt bin, brauche ich das nicht mehr. Und da muss ich sagen, es ist ein ganz hervorragendes Trockenshampoo. Also kann ich euch echt empfehlen. Und wie gesagt, absolut für mich entdeckt. Dann eine Sache, die ich durch eine Zuschauerin entdeckt habe. Und zwar habe ich davon gesprochen, dass ich Body Sprays, Body Mist, dass ich das über alles liebe. Und dass ich halt einfach gern mal zwischendurch da sitze und mir denke, oh, ich brauche mal irgendwie einen Duft, möchte aber mein Parfum nicht benutzen, weil einfach die Parfums, die ich benutze, relativ intensiv riechen und auch immer noch riechen. Aber ich rieche es nicht mehr. Und um das ich mich irgendwie wieder neu rieche, liebe ich halt so Body Sprays. Und da hat sie mir geschrieben, hey Tina, du magst doch die Bum-Bum-Creme. Kauf dir mal bitte das Body Mist davon. Wahnsinn, Leute. Riecht einfach erst mal dran. Das hat jetzt nichts mit meinem Oud-Duft zu tun. Das hat gar nichts mit orientalisch zu tun, sondern das riecht einfach nur nach Urlaub. Das riecht nach Sommer, Sonne, Kokos, Meer, Strand. Entspannung, Relax, sauber und frisch. Ein so geiler Duft. Wirklich, ich habe noch eine kleine, ich trollo, sage ich auch euch gleich. Die hat mir dann geschrieben und da habe ich mich gefreut. Und habe gesagt, oh cool, dann rieche ich da mal dran. Vielen lieben Dank. Bin zu Douglas, habe dran gerochen, habe mir gedacht, kaufen, kaufen, kaufen. Räume das in mein Bad und denke mir so, du hast doch irgendwo noch eine Creme. Habe ich die Creme gefunden und dann habe ich neben der Creme eine kleine Flasche von dem Body Spray gefunden. Naja, egal. Also hatte ich es schon und habe es nicht mehr gewusst und habe es mir jetzt in meine Handtasche gesteckt. Und das habe ich jetzt zu Hause. Und das mache ich auch manchmal auf mein Kopfkissen drauf und auf Mike sein Kopfkissen. Und da freue ich mich einfach. Also ja, könnte ich jetzt auch sagen, das sind so mehrere Favoriten, die in ein paar Monate mit reinrutschen könnten. Einfach weil das mag ich einfach sehr. Ich mache jetzt mal kurz die Kamera wieder aus, weil 15 Minuten sind gleich rum. Wieder angeknipst. Geht's weiter. Ja, dann machen wir jetzt mit einem Barbot-Produkt weiter. Damit ich wenigstens noch zu dem Serum komme, was ich euch erzählen möchte. Und zwar, das ist so ein Zweiphasen-Gesicht. Wo habe ich es? Ich muss gerade ins Bad. Ich habe nämlich euch was zeigen wollen. Auf jeden Fall Zweiphasen-Serum. Das ist einfach so ein richtiges beruhigendes Serum. Da ist Allantolin mit drin, da ist Jojobaöl mit drin, ein grüner Tee ist glaube ich mit drin und irgendein Gurkenextrakt. Oder einfach ein Gurkenextrakt. Das müsst ihr vorher richtig schön schütteln. Dann aktiviert sich das und dann gebt ihr das morgens und abends auf die gereinigte Haut drauf. Vor eurer Creme. Ich sage euch wirklich, ihr merkt richtig, was für ein kleines Schutzschild sich so drauflegt. Und die Haut einfach richtig beruhigt ist. Also so geht's mir, wenn ich das benutze. Ich finde es ganz toll. Und jetzt zeige ich euch mal ein Produkt. Ich habe ja immer mal Sachen in meinen ganzen Boxen, die ich dann auch benutze. Und wenn ich es mir nur aufs Dekolleté schmiere. Ich habe dieses Produkt nicht ewig. Und mein Bad ist auch nicht ultra warm. Ich habe auch keine Fußbodenheizung im Bad. Also nur, dass ihr jetzt versteht, dass da jetzt nicht ein Klima-Haschummann sowas sagen könnte. Aber an so einem Produkt, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das? Ich weiß, ich hoffe, ihr seht das. Es ist schlecht geworden. Und ich habe es nicht ewig im Bad stehen. Ähm, seht ihr? Ach, ich glaube, man sieht nur mich, ne? Es ist so widerlich. Es ist schlecht geworden. Es ist ekelhaft. Es ist eine einzige Moppelkotze. Und hier seht ihr, da ist einfach nur, da kann nur Scheiße drin sein. In diesem Produkt kann nur Scheiße drin sein. Fliegt jetzt auch gleich weg. Auf jeden Fall. Also dieses Serum ist auch mega geil für eine wirklich empfindliche Haut. Die trotzdem Feuchtigkeit braucht. Auch, wisst ihr, es ist ja gut und schön, Feuchtigkeit der Haut zuzuführen. Aber trotzdem, wenn jemand eine sehr empfindliche Haut hat, braucht die Haut einfach ein Schutzschild. Und da wäre jetzt dieses Serum wieder grandios. Dann benutze ich immer mit dem Serum zusammen, von DM ist das, diese Selbstbräunertropfen, dieses Selbstbräunerkonzentrat. Das kennen wir alle von Chloras. Das habe ich immer benutzt. Ist aber sehr, sehr teuer. Dann hat Caro mir den Tipp gegeben, dass ich halt dieses Produkt mal testen soll. Und ich habe es schon mehrfach nachgekauft. Also ich liebe das Produkt sehr. Und mische mir das halt immer in mein Serum mit rein. Weil da habe ich immer das Gefühl, es verteilt sich besser. In der Creme habe ich immer das Gefühl, weil meine Cremes natürlich sehr dick sind, dass ich das nicht richtig schön verreiben kann. Deshalb mache ich das immer mit in mein Serum mit rein. Also Bräunungstropfen sind natürlich auch jetzt in der Jahreszeit, wo man nicht mehr so von der Sonne geküsst ist, ist ein großes, wichtiges Produkt für mich persönlich. Und dann zu meinem liebsten Make-up. Ja, es ist auch von Barbour. Das ist dieses HID Serum Foundation. Also HID ist quasi die Linie von Barbour. Das ist ein Anti-Aging-Produkt, weil ein Serum mit drin ist. Für mich ist aber eher wichtig, dass hier ein Serum verwendet wurde, was Feuchtigkeit spendet. Ich brauche kein Make-up, was mich noch zusätzlich austrocknet. Dieses Make-up ist wirklich auch für fettige Hauttypen. Ihr wisst ja, ich glänze so oder so, ob ich Matte benutze oder nicht. Aber hier merke ich einfach, es spannt nichts im Gesicht. Es setzt sich nichts in die Fältchen ab. Ich muss mich auch nicht wirklich abpudern. Natürlich ist das Abpudern dann nochmal so ein One-Point-Sachen-Ding, was dann wirklich alles nochmal echt verschärft. Und das, also was dieses Produkt nochmal besser macht. Aber ich habe manchmal keinen Bock auf Puder, er kennt mich. Ich liebe, liebe, liebe dieses Make-up. Und auch dieses Make-up ist so dankbar und so ergiebig. Es kostet 50 Euro. Und es ist wirklich, es ist göttlich. Also ich mag auch die Verpackung. Hier oben hast du so einen Pumper und, also ein Pipetten-Aufziehpumper. Und dann könnt ihr euch das auf euer Gesicht drauf tropfen. Ich benutze, das wollen einige von euch immer wissen, die Farbnummer 02 Neutral. Ganz große Liebe. Damit habe ich auch sehr viele Bräute dieses Jahr geschminkt. Sehr, sehr viele Bräute. Genau. Dann zu einem meiner, ja, momentanen Lieblingsdüfte. Und zwar ist es Buredo. Manche sagen, bei Rido. Ich sage immer Buredo. Ich kann es euch nicht sagen, bei Bräuninger war es tatsächlich bei Rido. Aber hin wie her, bei der Freak ist der Duft. Der ist sehr untypisch Tina. Der ist eigentlich eher typisch Caro. Sie hat auch den Duft. Den habe ich ihr unabsichtlich, absichtlich nachgekauft. Denn es ist der Duft, den ich an ihr sehr gerne mag. Nur leider muss ich euch sagen, ich persönlich rieche mich so 0,000 überhaupt gar nicht. Und ich bekomme auch nicht so viele Komplimente wie mit meinen anderen Düften. Das ist sehr, sehr schade. Aber ich rieche ihn gern. Also ich habe halt, ich stelle mir dann immer vor, dann rieche ich vielleicht wie Caro, wenn ich sie rieche. Und den Duft liebe ich ja an ihr. Und von daher möchte ich es trotzdem empfehlen, weil ich eigentlich von diesem Duft sehr überwältigt bin. Nur ich rieche mich halt nicht. Aber es ist ja leider oft immer das Problem mit diesen ganzen Düften und selber riechen und so. Ja, dann kommen wir zu einer Pflege, die ich gekauft habe, weil ich die Pumpverpackung schön fand und weil ich Nivea-Duft liebe. Ich weiß, Nivea ist nicht so das, was man unbedingt kaufen sollte. Aber irgendwie habe ich immer den Duft. Ich mag diesen Duft einfach und ich fand den Pumpe halt super cool. Das ist einfach eine Bodylotion. 72 Stunden sollte es halten, bla bla bla. Aber was ich gut fand, es sind tiefenpflegende Serum mit drin und Dexpanthenol für sehr trockene Haut. Und meine Schienenbeine sind halt auch wieder richtig schön rau. Meine Ellenbogen fangen wieder an, schön rau zu werden. Und dieses Produkt zieht halt sehr schnell ein. Ja, ich benutze ja sonst immer meinen Barborschaum sehr gern oder meine Bum-Bum-Creme. Aber das ist mir manchmal alles zu viel. Zu kleistrig, zu klebrig, zu dolle, zu... Und dann empfinde ich das hier als sehr schnell einziehend und auch als sehr gut pflegend. So, dann habe ich noch ein Produkt. Zwei Produkte, aber ein Schminkprodukt. Und zwar, vielleicht seht ihr das jetzt auch, ich habe so ein leichtes Öl auf meinen Lippen drauf. Und zwar ist das von Barbors, dieses Lippöl. Ich hatte bei Instagram euch schon davon erzählt, ich habe es auch nochmal nachordern können. Dieses Lippenöl ist für mich einfach göttlich. Ich habe so Probleme jetzt mit meinen Lippen, weil ich einfach wenig Lippenstift trage. Einfach durch die Maske. Das macht sich natürlich total blöd. Und ja, auch mit dem Öl ist es jetzt nicht die beste Lösung, aber es pflegt wenigstens. Und wenn ich die Maske abmache, sehe ich nicht aus, als hätte ich nichts auf den Lippen. Es ist immer so ein leichter Rosa-Schimmer. Also ich mag dieses Lippenöl ganz doll. Es ist eine große Verpackung und hat halt hier so einen normalen Applikator dran. Und ich sage es euch, ich liebe das Produkt und ich mag auch irgendwie so diesen Geschmack. Ja, ganz großartig. Und dann zu einer Sache, an der ich selber schon lange dran war. Also ich habe immer so gedacht, oh, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Habe ich immer mal geguckt, ob es im Angebot ist. Und dann hat es mir Maik jetzt gekauft, auf Empfehlung von Freunden von uns, dass es jetzt im Angebot sei. Und ja, er hat mir die Apple AirPods gekauft, die mit diesen AirPods, muss ich euch wirklich sagen, liebäuglich schon sehr lange. Aber ich muss halt jetzt auch ein bisschen überlegen, was ist jetzt wichtig, was ist notwendig. Und ich weiß ja nicht, wie das nächste Jahr so ablaufen wird. Und wir wissen alle, Elterngeld ist nicht die größte Summe, die jetzt da kommt. Auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, nee, komm, es muss nicht sein. Und für deine 10 Minuten Arbeitsweg und ach komm, und naja, zu Hause. Manchmal hätte ich halt immer, oder hatte ich immer das Gefühl, ich würde gern zu Hause einfach so ein bisschen was hören wollen, wo jetzt nicht unbedingt Maik mithört, wenn ich ein Hörspiel höre oder so. Ja, und dann hat er mir die geschenkt. Da habe ich mich sehr gefreut. Und ich muss sagen, ich habe die dadurch jetzt auch, also jeden Tag benutze ich diese Apple AirPods vor allem auf dem Weg zur Arbeit. Ich fahre jetzt auch nicht mehr so viel Fahrrad, weil es ja doch immer ein bisschen nach draußen ist, damit ich nicht wegrutsche und hinwahle. Und aber auch zu Hause, wenn Leni im Bett liegt und ich putze irgendwie oder ich räume irgendwas weg, dann höre ich irgendwie einen Podcast. Ihr wisst ja, ich bin immer noch das sehr große gemischtes Hack-Girl-Fan seit Stunde eins. Also ich liebe diesen Podcast-Gemischtes Hack nur für Leute mit schwarzem Humor. Ihr müsst einstecken können, weil oft auch wahrscheinlich über euch erzählt wird, was nicht so positiv ist. Weil die einfach sehr ehrlich sind und sehr offen sind und ich liebe diesen Podcast. Und dann liebe ich jetzt auch Liebe hat keinen Preis mit Ina Aogo und Dennis Aogo. Er ist Fußballspieler, sie ist Spielerfrau. Er hat zwei Kinder jetzt von ihm und die sind sehr, sehr, sehr locker und cool und ehrlich. Und was ich wirklich sehr gern höre, ist, also sehr gern, aber noch gern, ist die Pochers. Ihr wisst ja, Mira Pocher und Olli. Ich mag das einfach, ich finde das nicht schlecht. Und was ich jetzt letztens wieder mal entdeckt habe, war Ilka Bessin. Die interviewt irgendwie Promis und stellt coole Fragen. Und ich finde diese Ilka, die hat sowieso so eine ganz coole, natürliche Art. Der höre ich einfach gerne beim Reden zu. Naja, und das sind so ein paar Podcasts, die ich dann höre. Und dann höre ich die natürlich hier schön Stöpsel ins Ohr. Und dann laufe ich hier durch die Bude oder sortiere euch die Papierkram. Oder räume die Wickelkommode von unserem kleinen Mann ein. Und deshalb ist das natürlich jetzt mein Monats- und wahrscheinlich dann auch Jahresfavorit, diese Airpods. Ich kann euch nur sagen, spart darauf hin und holt euch nie irgendwelche anderen... Ich habe keine Ahnung. Da kommt jetzt Besuch, aber ich bin jetzt auch gleich fertig mit meinem Video. Also wie gesagt, die Airpods sind mein Holy Grail. Warum sage ich Holy Grail so oft? Habe ich schon zweimal gesagt im Video, ne? Ich glaube ja. Naja. So, dann noch eine Sache, die ich euch auch ans Herz lesen kann. Lesen kann? Ja, wir sind beim Lesen. Es ist nur ein Buch für Mütter. Und zwar geht es um hochsensible Kinder, Erziehungsberater für starke Kinder, Hochsensibilität bei Kindern. Sensible Kinder erziehen und der richtige Umgang mit ihren Talenten und Schwächen, Tipps für Schule und Alltag. Das ist so ein ganz kleines, wirklich nur so ein Ratgeberbüchlein. Das habe ich bei Amazon entdeckt und das habe ich jetzt zur Hälfte durch. Ich muss sagen, hier sind wirklich ein paar schöne Tipps drin. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich unbedingt ein hochsensibles Kind habe. Aber ich habe ein Kind, was ich doch schon sehr stärken muss und möchte. Und man möchte es ja auch nicht zu sehr übertreiben. Ich möchte ja auch nicht so ein kleines, arrogantes Arschlochkind erziehen. Aber ich möchte ein Kind erziehen, was mit Schwächen und Stärken gut umgehen kann. Und das, muss ich sagen, ist hier schön beschrieben. Also nur mal so als Tipp für die Mamis unter uns. Es ist ja immer alles nicht so einfach. Und ich finde, wir sind sowieso anders erzogen worden. Also ich bin jetzt 89 geboren und irgendwie war ja da die Zeit nicht so, wie sie jetzt ist. Jetzt ist ja alles so höher, schneller, weiter, mehr, 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 mehr. Und irgendwie nervt mich das alles manchmal sehr, Leni vermitteln zu wollen, pari, pari. Aber die Welt ist ja nun mal so. Also wisst ihr, wenn ich ihr erkläre, du brauchst das nicht, du brauchst das nicht, du brauchst das nicht. Aber überall wird ihr gezeigt, du brauchst es, du brauchst es, du brauchst es. Diese Waage zu finden, ist wirklich sehr schwer. Ja, deshalb finde ich solche Ratgeber immer nicht schlecht. Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht dick, also es ist jetzt nicht ewig viel Aufwand. Genau, das waren jetzt so meine Oktober, machen wir mal September-Oktober-Favoriten draus. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Tschüssi! 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 Untertitelung des ZDF, 2020